Als Farbraum wird der Farbbereich bezeichnet, der in dem Bild angezeigt werden kann, sofern das Wiedergabemedium diesen Farbraum darstellen kann. Die in der Fotografie häufigsten Farbräume sind sRGB und Adobe RGB. Die einfachste Regel lautet, wenn du nicht weißt, warum du einen anderen Farbraum nehmen solltest, dann solltest du den Farbraum nicht ändern. Grundsätzlich ist bei jeder Kamera der sRGB Farbraum als Standard eingestellt. Optional steht dir bei vielen Kameras dann noch der Adobe RGB Farbraum zur Verfügung. Zwar ist der Farbumfang von Adobe RGB gegenüber sRGB deutlich größer, aber die Betrachtung und Verarbeitung in der Bildbearbeitung erfordert ein funktionierendes Farbmanagement. Und das ist ein Thema für sich. sRGB ist für den Anfang erstmal das Richtige. Wenn du dann noch die Rohdaten archiviert hast, dann kannst du bei dem Entwickeln dieser Daten später immer noch einen anderen Farbraum wählen, da die Rohdaten immer den größtmöglichen Farbraum nutzen.